nein spiegel zu machen was spiel weiter oh nein das schweißgerät kann es noch so nützlich werden hier zum beispiel und spieler das dauert die zeit ein bisschen länger aber das spiel uns lässt ich nehme einfach beides mit schiebt das ich meine spieler ich meine spieler Schieb. Verdammt. Der wird kaum schneller voran, wenn wir nicht beides mitnehmen. Ich glaube, wir müssen eine Sache hier lassen. Die Orphan- Der Orphan. dafür muss natürlich mitgeben das würde ich lieber noch bis zum ende mitnehmen nein nicht bis zum anfang mal schauen wie das wir schaffen dann merkt man hier dass das ist der sturm vorbei ist die nicht wirklich tschüss nein ich war schon fast da beim nächsten nein 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 ist ja scheiße Und ich spiele womit, das darf ich jetzt nicht bereuen, natürlich werde ich es bereuen. Hallo Fantasy Delcon, willkommen im Chat, hallo, sorry ich habe den Namen gerade nicht gelesen, ich war gerade beschäftigt, willkommen, da schreibt hallo, also welcome, welcome Home Fantasy, Deacon, 8, nein, jetzt weiter hier, naa, okay, wapen wir hier, Melton. Von Pech baut. Du hast mir gesagt ... Er, das ist ein Ding. Das ist aber noch nicht. Herr, ich habe das auch einen Schmuck. Wir wollen nicht. Kann mir jetzt auch noch ... Aber es ist alles, was ich? Einfach nur auf diecke, Dann können wir uns nicht. Ich muss das Spiel auch zu lassen, da hochzukommen. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, ein Schienchen. Oh, den kennen wir, den roten. Hat sie was mit dem roten zu tun? Ich will mal kurz noch weiteres zurück in das Spiel, wo ich nicht verschenke. Damit werden wir aber schon hier durch Wetter fahren. Ich habe Licht mitgebracht und es ist noch dunkel. Einmal Reserva. Schmerzen. Ich glaube, das ist die Mutter der Charakter von dem ersten Spiel. Ja, ich glaube so. Ich glaube so. Ich glaube so. Das ist die Geschichte der Charakter von dem ersten Spiel. Ich glaube so. Sorry for my bad English. Ich will try to answer your questions in English. But I will commentary in German. Ich will nicht für den ersten Spiel gehen. Und nicht gut in den ersten Spiel. da musst du nicht sorry für sein you must not be sorry for not understanding German I must sorry for not understanding English I understand but yeah very bad I try my best I try my best but I don't succeed it I'm going to go through the game I'm going to go through the game the game Ich nehme Spiegel mit. Spiegel. Oh no. Geht es erneut zu, oder? Oh no. Oh nein. Ah. Der Wind. Der Wind, der Wind. So, weit geht's. Couch. So, jetzt. Wow. Hui. Nochmal. Nochmal. Und Spiegel läuft sich gleich besser. I hope to enjoy my Let's Play without understanding German. Spiegel. Hm. Ah. Oh. Ein Schiff. Ich würde das andere Zeug. Sekunde, ich lese den Kommentar gleich. Ah. Ich like watching the gameplay. I beat the game two days ago, yet do I enjoy watching it? That sounds great. I am happy to hear what you enjoy watching. I hope I entertain you. I love to 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 entertain you. so ist es mal so ein brot spiel das wichtigste nein nein no what the freak nicht die spieler, nicht die spieler, nicht die spieler ja jetzt brauche ich es, dass ich die schweißmaschine nicht mitgenommen habe ich wusste es ja da vorne steht eine andere schweißmaschine jetzt brauche ich es nicht, die schweißmaschine nicht mitgenommen zu haben lehl um question to your english zushoer english watcher um 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 Oh, 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 um. Wieder vereint, das war unsere Maschine hier. Und wir haben ein Spieljubel. Hm, nix. Do you like the game when you play it? Um ein bisschen mit unseren englischen Zuschauern zu sprechen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. There was some difficult mechanics, but I loved the story as much as the first game. I have played both games. I also played the first game at the release. Let's play on YouTube, on my YouTube channel. Let's play the first app here. Let's play the link. This. Pass. Yes. The link. Why I can't post links in my own stream chat. What is this? What crap is this? What? Why? Why? Maybe this. Why can't I? Why? 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 setzen dass das andere nicht dürfen das nichts blockiert sind für andere aber es wirkt hey, subscribe to my channel see you there the content is in german sometimes the game is in english with german subtitles life is strange you can see on my channel in english with german subtitles and german motivations i hope you enjoy it will enjoy my youtube channel you are welcome to join my community you can also join also not a link twitch is stupid why you can watch the channel info channel info here on twitch there are many links you can see youtube twitch twitter instagram discord discord subscribe to me subscribe to me everywhere you can watch in the you can watch in the channel info here on steam you can watch in the on pitch so so Oh Gott, mach ich noch aus. Volle Möhre. Äh, ich muss slashen. I have to delete the fire. Wrong translation. Oh, let's go. Ähm, ich muss mal gucken, was, ich muss da dringend mal gucken. Ich find bloß nicht die Zeit dafür. Muss mal gucken, ne? Augenschaft Auboie. Nice. Und wo sind wir jetzt gelandet? Also, muss mal kurz mal den, äh, unseren englischsprachigen Besuch auch auf mein Disco-Deinladen. Ja, Zwische. Ung in mit nur zwei Elke. Also, wenn es im Tokyo-Deinladen. ARIißpast.- journey. Das ist ein Rampают von Bod meus. Das ist son Bede. Noch Mama 12 attacked Davis dem. Zwischen Gott haben gerne 5 broadcast.